Kann ein Vermieter die Miete aufgrund einer Modernisierung schon dann erhöhen, wenn die Maßnahmen noch gar nicht abgeschlossen sind? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Nach einer Modernisierung kann ein Vermieter die Miete erhöhen. Dabei legt ihr einen Teil der Kosten auf die Miete um. Wie eine solche Mieterhöhung genau funktioniert, findet ihr in diesem Video. Manchmal dauert die Modernisierung länger. Der Vermieter würde in der Zwischenzeit gerne schon die Erhöhung durchführen. Ob das geht, hat kürzlich der Bundesgerichtshof entschieden. Im dortigen Fall hatte der Vermieter umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Sie sollten insgesamt 25 Wochen dauern. Vor allem sollten Balkone angebaut und die Wohnungstüren erneuert werden. Sie sollten insbesondere einbruchssicherer werden. Nachdem die neuen Balkone installiert waren, erklärte der Vermieter die erste Mieterhöhung. Sie bezog sich dabei noch nicht auf die Türen. Die Mieter wollten die neue Miete erst einmal nicht zahlen. Sie meinten, die neue Miete sei erst nach Abschluss aller Arbeiten fällig. Sie gingen davon aus, dass die Modernisierung als Gesamtheit zu betrachten sei. Einzelne Maßnahmen können dabei nicht abgetrennt werden. Das sei der Bundesgerichtshof anders. Nach dessen Urteil kann der Vermieter auch schon früher die Miete erhöhen. Grund hierfür ist, dass die Mieter schon von den bereits abgeschlossenen Arbeiten profitieren, aber ansonsten erst später die neue Miete zahlen müssten. Entscheidend ist dabei, ob die jeweilige Maßnahme abtrennbar ist. Denn die Wohnungstüren haben nichts mit den Balkonen zu tun. Beide Maßnahmen sind voneinander unabhängig. Der BGH argumentiert damit, dass hier keine Bauabstimmung nötig sei. Anders kann es zum Beispiel sein, wenn die Heizung erneuert werden soll und dabei neben den Heizkörpern auch der Brenner erneuert wird. Hier wird es schwierig, von trennbaren Maßnahmen auszugehen. Ein Problem hatte der Vermieter aber bei seiner Argumentation. Er hatte die Ankündigung aller Maßnahmen in einem einzigen Schreiben erklärt. Das spielt nach Auffassung des Gerichts aber keine Rolle. Die gemeinsame Ankündigung hindert den Vermieter nicht daran, die Miete nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen zu erhöhen. Wichtig ist dabei aber, dass bei allen Erhöhungsverlangen die Voraussetzungen eingehalten werden.